Yin steht im herabschauenden Hund. Yang liegt vor ihr in der Stellung des Kindes. Mit der nächsten Einatmung hebt Yang den Kopf und kommt zwischen den Händen von Yin in den Kopfstand. Wenn er stabil steht, lässt er einen Fuß nach dem anderen nach hinten sinken. Setz die Füße erst an Yin's unteren Rücken auf und lässt dann die Beine ausgleiten. Legt dann die Handflächen unter seine Schultern auf die Erde und rückt sich nach oben in den halben Handstand. Yin nutzt den Druck am unteren Rücken, um ihre Fersen noch tiefer Richtung Boden gleiten zu lassen und die Arme ganz durchzustrecken. Atme tief in den Bauch ein und wieder aus. Mit der nächsten Ausatmung setzt Yang erst wieder seinen Kopf auf den Boden und bringt dann einen Fuß nach dem anderen zur Erde. Legt die Hände unter die Schultern Drückt sich nach oben und streckt sein Steißbein zum Himmel für den Hund. Lauft dann gemeinsam mit den Händen zurück zu euren Füßen und genießt die Dehnung für einen Moment in der stehenden Vorwärtsbeuge. Lasst alles los! Kommt mit der nächsten Einatmung aus der Hüfte heraus nach oben, streckt euch zur Sonne, ausatmen, Namaste.